So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch, am Donnerstag. Ich nehme das zwar hier jetzt auch wieder am Mittwoch auf, aber am Mittwoch war ja Raid-Boss-Wechsel wieder mal. Mega Gun-A-War kam in die Raids, Mega Kapu-Fala kam in die Raids, neu als Scheid, da haben wir zwei Community-Raids mit Video gemacht im Wildgehege, war sehr schön, war sehr kalt, war sehr schnüffelig, wer sich das angeguckt hat, deswegen Raid am Mittwoch, am Donnerstag. Ich hoffe, ihr habt gestern schön eingeladen zur Raid-Mania, es gibt nämlich wieder Raid-Mania-Punkte. Ich bin gespannt, Shiny-Hand, Kapu-Fala hin und her, ich brauche zwei Stück, weil ich wieder ein Lucky-Shiny brauche, von einem Glücksfreund. Aber wir haben jetzt die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es natürlich auch wieder den Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Henry Herfurt, der hat hier ein Krypto-Shiny-Tunnel bekommen, 184 und schreibt, yes, wieder Daniel Bryan, ebenfalls Henry, gerade aus der Feldforschung bekommen, 100% Minon. Dann haben wir einen Iguana von iSkorpions, ui, ein schönes Hundo, Edith, war aus einem Tausch, erinnert mich an die Dinger von Jurassic Park, die den einen dicken Dame der Brille, nicht ich, mein Bruder, ne, mein Bruder, ne, mein Guder, mein Guder, den dicken mit der Brille dann auf jeden Fall, hier Gift und dann ist er da und dann haben die den umgebracht. Das ist Iguana, jetzt wisst ihr, wo wir es herkennen. Lennart, Registil-Duo mit Genaya, 61 Sekunden Restzeit, wusste ich gar nicht, dass er so einfach ist, mit mir macht er keine Duos, dann bin ich mit Dandro Glücksfreund geworden, auf dem Nudler-Account und auf dem Main. Balou zeigt uns seine Super-Bälle oder in dem Fall die Super-Sexy-Bälle, weil da ist einfach, welcher Ball macht schon so und präsentiert sich. Sören, normaler Tausch, Kaboriki, 100% Glücksgeworden, sehr cool. Brauche ich auf jeden Fall auch noch. Pogahanda für Raider Mittwoch und nochmal ein dickes Dankeschön an dich und iSkorpions für das Gewinnspiel, denn auch Pogahanda hat ja diese Forschung des Professors gewonnen und eine Medaille, die Medaille seht ihr auch gleich nochmal. Das war also seine Einsendung. 100% Uhafnir, ja, Shiny Rabouts, erlöstes Nidoran, erlöstes Snubbull. Ist das erlöst? Es ist einfach erlöst, sagen wir mal dazu. Dann Hippopotas, erlöst, zack. Ihr seht, das Team-Go-Rocket-Event, die Rocket-Übernahme-Rocket-Invasion hat auf jeden Fall den meisten wieder Spaß gemacht. Vier, Shiny-Ringis-Deal, auch mit 13,37 eins dabei. Ele Zeba-Shiny, Roselia-Shiny und diese Medaille-Forschung des Professors. Die konntet ihr sechsmal gewinnen, danke nochmal an iSkorpions. Schäfe 24, die Shinies vom C-Day und der Rampenlichtstunde spare ich mir, aber immerhin zwei Shinies und zwei Hunderter, nämlich Grillmark und Flunschlick als Shinies und dann Bautz und Miniras als Hunderter. Miniras wohl auch mega selten noch. Das bekommt eh mal ein C-Day, das bekommt bestimmt auch mal ein C-Day, also ist auch wieder egal. Timo zeigt uns noch zwei Nachzügler, die hat er beide direkt nacheinander bekommen, hat er gesagt. Kapuriki, auf jeden Fall auch sehr cooles Shiny. Shiny, Roselinchen, hey Ramses, diese Woche kurz und knapp, ein Shiny, ein Hunderter und fertig. Seht ihr hier also, Shiny Skalük, Hunderter Emolga, 100% auch eigentlich recht selten. Genaya aus der Feldforschung, Hunderter Iguana, Hunderter Slimer und Pandimos, Hunderter Voldobal aus der Forschung, Nummer 2 aus der Forschung, Shiny Iguana, Hunderter Familie voll von Slimer, erlöst, Regenbogenfarben, hässlich und normal. Danke für die Raids, Shiny Registil, auch einen ganzen sackvollen 98er Shiny ist ja auch dabei. Das halte ich in Ehren, ein Tira Kiefer, warum das so heißt, vielleicht weiß es ja einer, in der Nähe von Tirana County Albanien gefangen. Wer regelmäßig in den Streams dabei ist, weiß die Geschichte zu diesem Flunk-Kiefer. Mal gucken, ob es irgendeiner von euch schafft, die Geschichte von diesem Flunk-Kiefer in die Kommentare zu schreiben. Dann nochmal hier Crypto-Shiny Tarnel mitgenommen, ein riesiges teuflisches Flughörnchen, ist wohl nicht nur das Größte, was ihr seht, sondern auch noch das 666-Teuflischste, deswegen, ja. Ja, Shania Seaday 200er FM bekommen und dann noch hier ein anderer Rotz, Meditalis, Kigli, Woldilam, alles 100 und dann Schein die Bummels, Mangunio, Enecominon und Waumboll. Ich habe letztens Waumboll gesagt bei der Spotlight-Stunde, aber das ist ja Flecknoil, ist gar keinem aufgefallen. Sarina auch, Rocket Event, hätte ruhig etwas länger gehen können. Die paar Tage hatten wirklich mal wieder Spaß gemacht. Hier ein paar fette Kryptos mitgenommen, unter anderem auch ein 100% Kryptopionscora. Shiny Registil, Shiny Caradonis, Shiny Kryptotane und auch als kleines Highlight natürlich ein 100% Turmel. Ist ja mega selten, die zwei Highlights seht ihr auch direkt hier nochmal Purmel, Hitbookhausen, passt. Luigi Sarada, Tarnel von der Freundin, auch Krypto-Shiny. Ich hasse die kleinen Accounts, Shiny Iguana, dann Luigi Sarada, 100% Shiny Uhafnir. Manche sagen so, boah, ich habe einen 100% Uhafnir, Schocker der Woche. Manche sagen so, ich habe einen 100% Shiny Uhafnir, Schocker der Woche. Aber der Schocker der Woche muss ja was Einmaliges sein. Das wird nicht das Einzige sein, was ihr seht. Gehört meiner Schwester, ist ja auch halbwegs nützlich. Nokchan erlöst hier 100% bei Kaiser Kai. Hat meine Schwester zu Hause gefangen, Kaiser Kai, Meryl, Shiny. Kaiser Kai aus der letzten Einladung vom Hochspannungsevent bekommen. Shiny? Ele C war. Dann Carolin Turukuseki. 0% Shiny FM. Schocker der Woche, aber es müsste ja was Einmaliges sein. Und weiß ich nicht. Nuller? Nuller? Shinies? Seaday-Dinger? Ich glaube, Seaday-Dinger haben es immer schwer, irgendwie Schocker der Woche zu sein. Egal, ob die 100 sind oder Glücks oder Shiny oder Null oder irgendwas. N-D-4-Bag. 100% Ende in der Wildnis gefangen. 100% in der Pokémon-Belohnung der Go-Kampf-Liga. N-D-4-Bag. Zurukhex. Und natürlich auch 100% beim FM Community Day. Aber nicht Shiny. Also das ist ja wieder eins weniger. Gebrüdet als Scorpion, Skladiantri. 100% ist viel seltener als alles andere. Tiso ist leider nicht gut, aber Hauptsache Shiny. Genau. Dann Level 49. Aufstieg auch. Die gefangenen Pokémon sind echt lustig hier. 16, 661. Also 1, 666. Und nochmal eine 1. Hat sich also ein Emolga drin versteckt. Versteht ihr? Gut. Dann Flex 007. Flex 23. Shiny 100% Uhafnir. Haben wir heute schon gesehen. Ist kein Schocker der Woche. Meg Maggie. Endlich habe ich den kleinen Häuptling-Indianer. Auch das Iguana mitgenommen. Meg Maggie. Das ist von Kollegen. Vielleicht war es Schocker der Woche. Aber hey, Caro hat das auch gehabt. Also kein Schocker der Woche. Zack. Cookie. 100% Shiny Uhafnir. Das ist ja nun wirklich gar nichts mehr wert. Nachdem es ja schon 100.000 Leute auch hier gehabt haben. Aber trotzdem Glückwunsch dazu. Daniel Love. Der hat getauscht um 1.11 Uhr. Die Zahl, die für ihn mit Jesus in Bezug steht. Genau wie die 777. Nicht die 666. Vielleicht ist es, weil wenn man 777-111 rechnet, hat man 666. Deswegen sind die zwei göttlichen Zahlen. Und dann kommt da auch noch ein Danke Jesus raus. Laukabs 100%. Außerdem müsste das jetzt Schocker der Woche sein. Finde den Fehler. 10 Sternen Staub. Gibt es irgendjemanden, der weniger als 10 Sternen Staub hat aktuell? Dann schreibt es mal in die Kommentare. 1, 2, 3 kippt. 300 Rübel heute. Die krasseste Ausbeutung, die ich jemals hatte. Da habe ich auch vieles weggelassen. Weil nur 100er Krypto kommen hier rein. Oder shiny Krypto. Wundert euch nicht. Ich kann nicht jedes Ding mit reinnehmen. Aber ein 100er Krypto von ihm als Magnetilo ist natürlich drin. Plus auch ein shiny Krypto Magnetilo ist dabei. Und hier noch shiny Nidoranzen 1 und 2. Haben wir auch dabei in der Krypto Variante. Da ist es. Lukas 98. 13, 98. Ist das 100er Registil. Gefangen. Ist im Sack. Wunderbar. Gleich noch ein shiny hinterher. Reike mit einem Zickzacks. Und ist mit sich selbst lucky geworden. Plus auch shiny Registil. ist recht seltenes 100er. Also das darf ja wirklich Glückwunsch. Fette Sache. Habitat. Shiny Box. Daily Free Box. Jetzt weiß ich auch, wieso so viele Leute 100% Shiny U-Hafniers haben. Die sind in dieser Box drin. Jetzt verstehe ich das. Neben deinem Traumauto, einer super teuren Uhr. Skittles. Kommen die Skittles da rein. Und einem U-Hafniers Shiny, was wahrscheinlich 100% ist. Diese freie Box habe ich leider nicht. Elke. Auf dem Kaisi Account. 100er Zebritz. Bronzel 100. Flampion Shiny. Iguana Shiny. Düsselgur. Shiny. Spotlight. Shiny. Taubos. Registil. Shiny. Register. 1337. Jetzt verstehe ich das. Elite. Dann hat sie nochmal alles geschickt, auch auf ihrem Account. Sie hat also Shiny familievoll. 100er Familie voll von Elezeva, Elebitz, so Zeug. Dann haben wir noch Shiny Kaboriki, Shiny Iguana, Shiny Bibizza, Shiny Bodogel. Nochmal 1337er Relaxo Elite Mon. Lennart hat schon wieder das Spiel kaputt gemacht am Eingang des jüdischen Friedhofs mit Knuss. Was ist da los? Völlige Eskalation. Dann Fritzl Blitz. Shiny Brainy Ständer. 100% Glücks Shiny Lavita. Durch einen Tausch von einem Lucky, zack. Das wäre sowas für Schocker der Woche. Aber es ist ja eigentlich, es ist ja ein C-Day Shiny. Die sind ja eigentlich nichts wert. Ne Pet Shop Boy, yes. 100% Shiny Uhafnia. Was ist denn eigentlich besser? Ein 100% Shiny vom C-Day? Oder ein 100% Glücks Shiny vom C-Day? Weil das eine, da könnte man theoretisch, böse Zungen behaupten das, 100% Snipen, bis eins ein Shiny ist und hat dann ein 100% Shiny. Durch einen Lucky, Shiny Lucky Traden mit mindestens 12, 12, 12, ist die Wahrscheinlichkeit ja trotzdem hoch, dass das ein 100% werden könnte. Und ist halt wirklich trotzdem dann nochmal Zufall, während das andere vielleicht mit ein bisschen, wer eine Map hat oder sonst was, gezielt wirklich danach suchen kann und an dem Tag einfach die Zeit hat. Und das müsste dann also mehr wert sein, weil es nicht beeinflussbar ist und war und hin und her. So, jetzt weiter trotzdem Cumulus. Cumulus mit ordentlichen Werten. Cumulus mit ordentlichen Werten. Und dann habe ich hier 100% Glücks, Bisa, Floor, Feuerwehrfrau, auch 100% FM noch mitgenommen. Und dann bin ich mit Colidita heute am Mittwoch, also ihr seht das am Donnerstag, also gestern, am Mittwoch beim Cabo Fala Community Raid aufgestiegen, auch zu Glücksfreunden. Und das waren jetzt die Bilder und jetzt haben wir noch, weil wir den Celal so durchgerotzt haben, den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, da muss ich kurz vorbei, Klotzi! Weil, das ist einfach nur ein ganz normales Shiny-Registil in 100%. Infusion am Arm und ein Shundo gegönnt. Krankenhaus hat doch was Gutes. Sieht jetzt nicht so beeindruckend aus, aber habe ich trotzdem so gewählt, weil... Erstmal random, wenn du raidest, dass du überhaupt einen Hunderter kriegst, was schon eine hohe Rate hat, dann random ein Shiny zu kriegen, auch, ja, was wert, kannst du auf jeden Fall nicht beeinflussen, nicht gezielt wie ein C-Day 100er oder ein C-Day Shiny oder ein C-Day Shiny 100er. Und wenn man es dann vergleicht mit einem C-Day Shiny 100er in Glücks, was er durch den Tausch trotzdem mindestens 12-12-12 hat, da nicht so viele Kombinationen möglich sind, hier aber völlig aus dem Raid rausgezogen müsste, dass die, äh, die größte Rate haben, also mit weniger Chancen drin, da erstmal die 100 und das Shiny zu treffen in einer Begegnung, ist, glaube ich, das Beste, was du haben kannst. Deswegen für mich dieses Shiny-Registil in 100% Schocker der Woche, das Beste von dieser Woche, die beste Einsendung. Und wenn ihr anderer Meinung seid, wenn ihr sagt, nee, das ist nix, das andere davor war viel besser, dann schreibt mal rein, was eurer Meinung nach der Schocker der Woche hätte sein müssen von den Einsendungen heute. Und ansonsten würde ich sagen, gibt's 18 Uhr bei euch am Donnerstag, Mega-Guard-A-War-Rates für Zuschauer, da könnt ihr dabei sein, wenn ihr noch Energie braucht oder ein bisschen raiden wollt, ein bisschen Spaß haben wollt hin und her, und dann Sonntag nochmal Cabo Fala-Rates für Zuschauer. Und ja, ich hab heute Mittwoch Spaß, aber das ist bei euch ja schon wieder Vergangenheit. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.